Für mich ist das einfach grundsätzlich dieses Ding, das Leben nicht zu ernst zu nehmen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man hält sich so oft an Dingen auf, die so banal eigentlich sind und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue auf die Probleme, die ich vor fünf Jahren hatte, an 90 Prozent kann ich mich gar nicht mehr erinnern und so geht es bestimmt ganz, ganz vielen Leuten und in dem Moment ist das ein Weltuntergang und oh mein Gott und ich versuche einfach immer das Positive im Leben zu sehen und immer schauen, dass es weitergeht, weil es geht immer weiter. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Leonie, die bereits als Siebenjährige wusste, dass sie Popstar werden möchte. Und um diesen Traum wahr werden zu lassen, gab die heute 27-Jährige jahrelang Vollgas. Sie arbeitete in Stockholm, Australien oder London und schrieb mehr als 130 Songs, bis sie 2021 mit Faded Love ihren ersten großen Solo-Hit landete. Seitdem folgt ein Chartknaller nach dem anderen. Remedy, Holding On oder Crazy Love sind da nur ein paar Beispiele. Nachdem Leonie 2023 ein Teil der DSDS-Jury und auf Deutschland-Tour war, liefert sie aktuell mit Fire den offiziellen EM-Song. Wir sprechen über Leonies Leidenschaft für Fußball, extremen Druck im Business, Online-Hate, Karrieremomente wie im Fiebertraum und die Schattenseiten vom Pop-Zirkus. Leonie, die mit bürgerlichem Namen Leonie Burger heißt, hat mir verraten, warum in ihrem derzeit extrem durchgetakteten Leben für einen Freund so gar keine Zeit bleibt, wie sie Online-Hass ins Positive umdreht und zu Geld macht, wieso sie jahrelang in einem Kellerraum gelebt hat und weshalb sie das heutige Dating-Leben mit Tinder und Co. einfach nur grauenhaft findet. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Leonie. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Liebe Leonie, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe nämlich lange an deinem Management gegraben und wurde immer wieder vertröstet. Aber heute ist der Tag da. Herzlich willkommen bei Road to Glory, liebe Leonie. Wenn du mal mit dem falschen Bein zuerst aufstehst und merkst, krass, das könnte jetzt so ein ziemlicher Muckstag werden, wenn ich nicht gegensteuere. Hast du da irgendwelche Tools, dass du dich wieder back on track bringst, dass du so, ne? Also man hat das ja am Gefühl, dass der Tag irgendwie nicht so nice werden könnte. Ja, also grundsätzlich bin ich das absolute Gegenteil von einem Morgenmensch. Und jeder Morgen für mich startet erstmal scheiße. Also es ist für dich Standard. Und das Gute ist aber, ich habe einen kleinen Hund, der hier auch rumläuft. Und wenn man den morgens anschaut, sie schläft mit mir im Bett, dann ist eigentlich eh schon wieder alles gut. Okay, also das ist so dein, der bringt dich auch runter, der Hund, ne? Also der ist einfach so, ah, das ist nice and easy dann. Und wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen brauchbar zu sein? Brauchen? Bekommen. Ja, beides kannst du ja sagen. Ich schaffe es auch auf drei Stunden Schlaf, so ist es nicht. Ich ziehe dann schon durch, aber um wirklich ausgeschlafen zu sein, würde ich sagen, brauche ich auf jeden Fall zehn Stunden mindestens. Echt krass, so viel Zeit? Also wenn ich mir keinen Bäcker stelle, dann würde ich auch auf jeden Fall bis um zwölf schlafen. Also Murmeltier, du bist da schon jemand, der viel Stunden braucht. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich gehe relativ spät ins Bett immer, auf Tour sowieso, weil man irgendwie, wenn man mit einem Nightline unterwegs ist, fährt man sowieso vor zwei Uhr morgens meistens nicht los. Dann, wenn ich einsteige, mache ich erstmal noch das ganze Social-Media-Zeug bis um drei, vier. Und dann schlafe ich so lange, bis Soundtrack ist, aber ja, also ich brauche schon sehr viel Schlaf. Das war auch immer schon so, das war auch als kleines Kind schon so. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich fand das total süß, eben du hast für Instagram oder kann auch für TikTok gewesen sein, das ist eine kleine Story gemacht und da hast du einen Teaser angetextet und das war total süß, weil du musstest irgendwie drei, vier Mal, weil du dich immer fassbelst bei einem Punkt und so. Da dachte ich auch so, oh Mensch, die arme Leone, das ist ja auch part of the game. Du musst halt auch immer ganz viel Content kreieren und manchmal ist der Wurm drin und dann sagt man sich, jetzt vierter Anlauf. Das gehört sich dazu, ja. Und das Ding ist, heute war so ein Tag voll mit Interviews, den ganzen Tag reden und auch relativ wenig Schlaf tatsächlich und irgendwann schaltet mein Hirn dann einfach ab. Deswegen, falls ich mich verspreche heute, Leute, es liegt daran. Alles easy. Wie wichtig ist dir so ein ausgewogenes, oder sagen wir mal nicht ausgewogenes, sondern ein ausgiebiges Frühstück? Es gibt ja Leute, die sind so ein kleiner Spatz, die trinken ihren Kaffee oder eine Latte Macchiato oder sonst was, Hafermilch und andere, die brauchen dann aber auch richtig was Handfestes morgens. Bist du da eher? Ehrlich gesagt, hasse ich Frühstück. Ich finde, Frühstück ist die langweiligste Mahlzeit, die es gibt. Und das ist so, das Einzige, was ich gut finde, ist so Salamitoast oder Salamibrillchen. Also was Herzhaftes da, ne? Was Herzhaftes, aber ich finde so Joghurt oder so ein Oatmeal, das ist immer so, ja, okay, das ist so langweilig, finde ich, weiß ich nicht. Und bei mir ist es meistens so, dadurch, dass ich dann, also wenn ich jetzt irgendwie um 10 den ersten Termin habe, dann schlafe ich lieber so lang, wie es geht, um es schaffen, mich fertig zu machen und gehe dann gleich los, mache die ersten Termine und esse dann lieber zum Mittag richtig, als irgendwie früher aufzustehen. Also morgens ist es meistens bei mir auch nur ein Kaffee. Also Breakfast Cancelling ist für dich schon häufiger der Fall, ne? Auf jeden Fall. Also dass du einfach dann sagst, brauchen wir nicht, ist eh nicht so lecker, ne? Ich meine, sind die Meinungen ja auch gespalten. Manche sagen dieses Intermittent-Fest. Ja, ja, genau, Intermittent- oder Intervallfasten, um es ganz auf Deutsch zu sagen. Ich glaube, man fängt dann erst, je nachdem, wie man es macht, 14 Uhr oder so an zu essen. Ich mache das nicht geplant, sondern einfach, weil Frühstück, finde ich, langweilig ist. Finde ich eine geile Aussage, Frühstück ist boring, also mit Leonie, wenn man sieht zum Brunch, vielleicht Brunch ist dann wieder eher, na, ganz okay, aber es ist ja so ab elf, halb zwölf. Ja, aber bevor ich zum Brunchen gehe, gehe ich lieber lunchen. Also dann gehe ich lieber in ein richtiges Restaurant, das halt was Geiles anbietet, als dann wieder ein Avocado-Toast. Das ist halt so, warum? Wie sieht denn für dich, wenn du mal nicht, ja, Alltagswahnsinn, der ja auch geil ist, ne? Also ich meine, du bist super erfolgreich, bist ein Popstar, da ist natürlich der Alltag manchmal auch ganz schön vor. Aber wenn du mal so einen Smooth-Day hast, wie sieht denn da für dich ein cooler Start in den Tag aus, wo du sagst, yes, Quality-Time, jetzt kann ich mal das machen, worauf ich Bock habe? Das hatte ich jetzt am Sonntag, ich hatte jetzt sechs Tage durchgehend Programm von morgens bis abends und Sonntag hatte ich dann frei und dann war ich so, okay, ich mache heute gar nichts. Also ich bin Sonntag noch aus dem Tourbus ausgestiegen, bin dann nach Hause gefahren, habe ganz schnell die Sachen von meinem Koffer in die Waschmaschine geschmissen, habe mich nochmal ins Bett gelegt, habe ein Schläfchen gemacht, bin aufgestanden. Ich sage nur zehn Stunden, ne? Ich glaube zweieinhalb waren es, habe mir natürlich eine geile Pizza bestellt, eine geile Seri angemacht, wieder im Bett gegessen, dann habe ich nochmal ein Schläfchen gemacht, eineinhalb Stunden, dann bin ich mit Mali eine Stunde gegangen und das ist auch ganz schön, wenn das Wetter schön ist, aber nicht zu heiß und dann einfach ein bisschen rausgehen und dann bin ich wieder ins Bett und habe nochmal Seri geschaut und das war's. Schön, also Mali ist für dich wahrscheinlich auch dann so eine Art herunterkommen, ein bisschen Tiefenentspannung, ne? Also einfach mit dem Hund dich zu kümmern und rauszugehen, weil ich hatte auch ganz viele Jahre einen Hund und das ist schon was Tolles. Manchmal fluchst du auch, wenn es nämlich Hunde und Katzen regnen und du denkst, ah, ich will nicht raus. Ja, aber wenn es super krass regnet, will sie auch nicht raus, Gott sei Dank, das ist jetzt nicht so, als müsste ich da raus. Man versucht natürlich immer lieber loszuhalten, aber... Kenne ich, mein Hund hat auch mal mich angewitzt, mich verarschen, meinst du das jetzt ernst hier? Und man findet ja immer, also es gibt ja selten Tage, wo es wirklich 24-7 regnet, dann wartet man halt das Zeitfenster ab und geht dann schnell raus, wenn es ein bisschen entspannter ist. Gibt es für dich Tagesroutinen an einem Tag, wo du eben nicht wirklich auch in Anführungsstrichen positiv funktionieren musst, weil du eben durchgetaktet bist, weil du halt wahnsinnig viel arbeiten musst? Wenn du so einen Quality Day hast, gibt es da so Routinen, außer mit dem Hund zu gehen, die dich auch so ehren und wo du sagst, das brauche ich und das ist gut für mich? Nicht so wirklich, also ja, Kaffee morgens ab und an, aber Kaffee ist für mich auch nicht so eine Sache, die ich trinken muss, weil ich sage, ich muss jetzt wach werden, sondern mir schmeckt es einfach. Wach werden, da bringt bei mir gar nichts. Abends, na, abwaschen, also okay, Bayern, abwaschen, nicht Geschirr spülen, sondern nicht abwaschen, mein Gesicht abwaschen, wie sagt man denn? Einfach nur waschen, also frisch mal Bett fertig machen, so kann man tausend Sachen sagen. Ins Bett gehen, Friends anmachen, meine Comfort-Serie und Sudoku spielen und das mache ich nochmal vom Schlafen gehen und dann schlafe ich. Das finde ich jetzt aber total spannend, dass du Friends sagst, das ist so eine Serie, die du im Herzen trägst, weil das ist ja für deine Generation schon richtig so eine Oldie-Serie, aber magst du das gern so ein bisschen? Ich liebe das und ich finde auch einfach, die Charaktere sind perfekt, die Gespräche sind perfekt, die Witze sind perfekt, aber es ist nicht zu viel. Es ist einfach so, wenn die Stimmen alleine nur im Hintergrund laufen, ich habe es bestimmt jetzt 20 Mal durchgeguckt, auf jeden Fall. Also du wiederholst das auch? Ich wiederhole das auch, genau. Und das ist bei mir immer, bei mir ist nicht, wenn ich jetzt in meiner Wohnung bin zum Beispiel oder mich irgendwie fertig mache, da läuft bei mir nicht Musik, sondern immer eine Serie und meistens ist es Friends, also immer eigentlich eine, die ich schon ganz, ganz oft gesehen habe und auch zum Einschlafen ganz, ganz leise Friends anmachen, das ist so, ach ja schön. Hast du wahrscheinlich auch so eine All-Time-Favorite-Top-Drei deiner liebsten Episoden oder bist du da gnadenlos und haust dann auch die Staffel von A bis Z durch, wenn du da anfängst? Nee, 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 ich gucke schon, doch, ich gucke gnadenlos von A bis Z auf jeden Fall, aber man hat es trotzdem natürlich so, wenn dann die eine Lieblings-Episode ankommt, dann denkt man sich, yes, endlich. Du hast einen Track aufgenommen, gemeinsam mit One Republic und Mendoza und du singst den offiziellen EM-Song Fire. Du bist on fire für die EM, die ja jetzt schon seit einigen Tagen läuft. Wie, es ist natürlich eine Klischeefrage, aber trotzdem möchte ich sie dich fragen, wie kam das zustande? Ich meine, du hast ja eine Affinität zum Fußball, habe ich natürlich auch schon herausgefunden. Erzähl mal, also wie war das? Ich wurde angefragt, ehrlich gesagt, also der Song ist zusammen natürlich mit der UEFA und Universal betreut den Song, also ein Label hier in Deutschland und mein Management wurde angerufen von Universal und die haben gefragt, will Leonie das machen? Leonie so, oh nö, ach was, nö. Ach, wisst ihr was, das ist gar nicht nötig, nein, Quasch. Natürlich, also das ist natürlich eine Riesensache, vor allem, weil du ja schon angeteast hast, dass ich mit Fußball ja auch was zu tun habe und als Deutsche bei der Heim-EM mit solchen krassen, weltweit international bekannten Künstlern zusammenzuarbeiten, das ist natürlich eine Riesenehre für mich und ich habe mir den Song vorher noch zeigen lassen, also die Parts, die schon fertig waren, um nicht einfach blind zuzusetzen. Klar, das ist natürlich, dann denkst du so, ja, also es ist zwar ein geiles Projekt, aber der Song ist leider ziemlich murks. Genau, und deswegen, das habe ich noch gemacht und da habe ich natürlich zugesagt, klar, also da würde ich, glaube ich, wenige Leute kennen, die da nein sagen. Nee, es ist ja auch ein mega Track und läuft ja auch schon super und wird natürlich noch mehr, ich glaube, das Feier wird ja immer heißer und immer größer und drücken mal die Daumen natürlich, auch wenn unser Team weiterkommt, wird es natürlich noch mehr durchstarten. Wie schaust du denn, wenn so große Turniere wie die EM oder die WM anstehen, am liebsten Fußball? Bist du eher so Public Viewing Fan oder lieber mit der Family? Wo hast du am meisten Bock drauf, Fußball zu gucken? Schon mit Leuten zusammen auf jeden Fall. Ich meine, dieses Jahr wird es ein bisschen schwierig, weil sehr, sehr viele Spiele kollidieren, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder selber ein Gig habe natürlich und da wird es dann schwierig. Aber in meiner Band sind ganz, ganz viele Leute auch fußballverrückt und dann werden wir bestimmt einige Spiele einfach Backstage zusammen gucken. Und vor allem bei Festivals sind ja ganz, ganz viele Künstler immer Backstage, bin mir sicher, da schließt man sich dann zusammen und guckt zusammen. Und ansonsten gern Public Viewing. Also ich liebe das, dieses Gefühl, dass das irgendwie wahrscheinlich jetzt in jedem Land, aber auch in Deutschland herrscht, bei der EM irgendwie alle brennen eben für das Gleiche, für den Fußball, für die deutsche Mannschaft. Und ich finde das immer ganz, ganz schön, das zusammen irgendwie auch zu feiern. Ja, es ist was Wunderbares. Und ich finde auch, diese Energie ist einfach unvergleichlich. Aber habe ich das richtig verstanden? Also du hast so ein bisschen jetzt die A-Karte im positiven Sinne. Du bist auch viel on Tour und hast viele Open Airs. Also du kannst nicht immer so gucken, wie du willst. Du bist dann manchmal auch dazu verdonnert, dann Backstage und on the road zu gucken. Ja, voll. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das war mir nicht bewusst. Da hätte ich mal bessere Hausaufgaben machen müssen. Ich war nicht so klar. Alles gut. Du bist also richtig auch den Sommer unterwegs, also jetzt die nächsten Wochen. Ich habe jetzt bis Ende Oktober drei bis vier Gigs jede Woche auf jeden Fall in ganz Deutschland, Österreich verteilt. Und ich meine, ich liebe das. Ich würde mich niemals beschweren darüber, weil auf der Bühne stehen und Festivus spielen, Gigs spielen, ist das Schönste, was es gibt für mich. Aber ja, also ich werde auf jeden Fall kein Spiel im Stadion schauen können, außer das Finale, weil da werden wir ja auftreten. Und da werde ich dann auch natürlich im Finale fürs Spiel sein, äh, im Stadion fürs Spiel sein. Und ansonsten werde ich aber, ich meine, spätestens die zweite Halbzeit, vielleicht kann man dann eben gucken oder die erste Halbzeit oder man guckt sich halt die Wiederholung an oder irgendwas. Also auf jeden Fall werde ich jedes Spiel irgendwie mitverfolgen. Ich möchte da gleich mal einfügen. Also ich muss mich ein bisschen als Fanboy outen, weil Leonie live ist einfach mega. Die Frau kann wirklich so viel. Die kann a cappella singen. Die hat so eine tolle Stimme. Die braucht auch keinen großen Völlefanz. Also du trägst das einfach. Und ja, aus tiefstem Herzen. Das ist wirklich ganz toll. Also du bist wirklich ein großes Talent. Mega. Wie sehr bist du denn mit deiner Family in Sachen Fußball konditioniert worden? Das ist, glaube ich, easy peasy. Also meine komplette Family ist einfach fußballverrückt, fast schon fanatisch, würde ich sagen. Also meine Opas haben Fußball gespielt, mein Papa hat Fußball gespielt, mein Onkel, meine Brüder, beide Fußball. Einer meiner Brüder ist ja auch Profifußballer. Also für mich war neben der Musik Fußball schon immer der, ja, mit der größte Teil in meinem Leben einfach. Ich habe das Fußballergehen absolut nicht geerbt. Ich habe, ich kann gar nicht spielen. Also Frauenfußballmannschaften und so, das wäre für dich. Nee, das überlasse ich lieber den anderen Frauen. Aber ich bin quasi auf der Seitenlinie aufgewachsen. Also bei ganz vielen Trainings dabei gewesen, bei den ganzen Spielen. Irgendwann, wo mein Bruder ist mit 15, dann zu 1860 München gewechselt. Meine Eltern sind ganz, ganz supportive für alle ihre Kinder, für mich und meine zwei Geschwister. Und wir waren jedes Wochenende gefühlt bei seinen Spielen und im Stadion dabei. Und auch jetzt verfolge ich natürlich noch ganz, ganz viel. Und ja, also wie gesagt, ich kann nicht spielen, aber ich finde, Fußball ist ganz schön zu gucken, macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und entgegen der Meinungen, dass ich gar nichts mit Fußball zu tun habe, Leute, auf Social Media, mehr als ihr wahrscheinlich. Wollte gerade sagen, ja. Aber kann man sich das vorstellen, wenn du on fire bist und jetzt sagen wir mal, bei einem Spiel deines Bruders anfeuersst. Bist du da eher so innerlich on fire oder kannst du auch mal richtig die Sau rauslassen und rumschreien und ja, 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 oder wie ist das bei dir? Also ich bin auf jeden Fall nicht so, wie so die manchen Väter, die da auf der Seitenlinie stehen und so tun, als wären sie der Trainer oder als könnten sie besser spielen. Das auf gar keinen Fall. Ich freue mich natürlich unheimlich oder man fiebert natürlich auch mit, wenn es irgendwie knapp war oder irgendwie ein Lattenschuss oder sonst was, dass man, ah, da, shit oder sowas. Aber ich bin jetzt nicht die Person, die da die ganze Zeit rumschreit und alle ihre Emotionen rauslässt. Nun bist du ja noch jung, aber wenn du mal zurück überlegst, welche WM oder EM fandst du besonders spannend? Ich meine, klar, vor zehn Jahren sind wir Weltmeister geworden, nicht bei der EM, sondern bei der WM. Aber was ist so, Beifragen, was ist so deine erste klare Änderung an ein großes Turnier und welches Turnier hast du bis heute am tiefsten im Herzen, wo du sagst, ja, das war richtig toll? Das erste Mal, dass ich mich richtig daran erinnere, war 2006. Beim Sommermärchen, na genau. Und das war auch das erste Mal, wie alt war ich da? Das war vor 18 Jahren, ne? Ich bin 97 geworden, war ich noch. Also du warst ein Kind, die kleine Leonie, aber sie war schon damals on fire für Fußball. Und da kann ich mich noch erinnern, das erste Mal habe ich da Public Viewing gemacht und wir haben im Kino geguckt bei uns zu Hause im Dorf und mit meinen Eltern und meinen Freunden, die waren alle da. Ich hatte zum ersten Mal Deutschlandflaggen im Gesicht. Die ganze Stadt, ich komme ja aus einer ganz, ganz kleinen Stadt in Bayern, Autokorsos, überall Flaggen aus den Autos, alle Leute in Deutschland Trikots. Und das hat mich schon fasziniert, das dann so mitzubekommen natürlich. Dieser Vibe ist ja auch einzigartig. Also wenn man sich das immer mehr hoch spielt im positiven Sinne, alle sind total angespannt und fiebern aufs nächste Spiel. Auf jeden Fall. Und dann das nächste natürlich 2014, die WM. Ich weiß noch, im Finale waren wir in Kroatien tatsächlich für eine Woche. Ich hatte in der Oberstufe Meeresbiologie, wie sagt man, irgendeinen Kurs Meeresbiologie. Wir waren eine Woche in Kroatien zu der Zeit und haben das auf so einem großen Platz in Kroatien geguckt. Natürlich wir alle in Deutschlandflaggen fanden die Kroaten wahrscheinlich nicht so cool. Und dann haben wir auch noch gewonnen, die WM. Aber ja, das ist die zweite Erinnerung. Und ja, also jedes Mal einfach schon ein sehr, sehr schönes Event auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall und Stichwort Deutschlandfahne, weil ich finde das auch total schön, sich mal sowas ins Gesicht zu schmieren, Schwarz, Rot, Gold und Fahne. Aber es ist ja leider jetzt dieses Jahr so ein bisschen teilweise so eine Diskussion. Ja, kann man das jetzt? Und der Rechts ist so stark geworden. Und ich will jetzt nicht eine Antwort verwecken, aber ich finde das so schade, weil es ist doch was ganz Normales. Und das verbindet ja auch. Also wie ist denn deine Meinung dazu? Findest du das auch irgendwie zu heiß gekocht jetzt? Und was soll das? Macht euch mal locker? Oder wie siehst du das mit dieser Deutschlandflaggendiskussion? Ja, ich finde, ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht mitbekommen. Nee, hast du nicht? Nee, weil viele, zum Beispiel die Polizei in Berlin hat früher sonst auch mal irgendwie an ihre Autos eine Fahne, eine Deutschlandfahne gemacht. Und das sollen sie jetzt nicht machen, weil da könnten sich dann ja andere Nationalitäten irgendwie zurückgesetzt fühlen. Und überhaupt, die Fahne steht hier für Nationalismus. Also ganz komische Diskussion. Komisch, dass sich das so entwickelt hat. Also das sehe ich nicht so ehrlich gesagt, beziehungsweise ich finde gerade eben, weil es so viele Themen gibt in Deutschland, die die komplette Gesellschaft hier gerade spalten, dass man eigentlich bei dem einen Thema jetzt gerade sollte doch irgendwie jeder für die deutsche Mannschaft sein. Und alle, und ich meine, wir sind bunt, wir haben eine Vielfalt, wir sind ein Bundesland. Es gibt ja auch viele Deutsche, die aus anderen Nationen kommen, Deutsche gewonnen sind. Und das ist doch was, wie du sagst, das ist verbindet ja und spaltet nicht. Voll und ich finde das irgendwie schade, dass jetzt natürlich gibt es gewisse Probleme auch, natürlich vor allem in den letzten Wochen hat man ja sehr viel davon mitbekommen. Aber ich finde jetzt gerade, ich meine, es ist eben mal die deutsche Mannschaft, es ist eben mal die deutsche Frage. Und es ist bei uns, die EM ist in Deutschland. Und es ist bei uns, also ich fände es da jetzt super schade, ehrlich gesagt, wenn man nicht stolz darauf sein dürfte. Ich meine, vor allem das erste Spiel ist so super gelaufen, dann darf ich auch keinen Deutschlandstrikot mehr anziehen. Also weißt du, ich finde, das sehe ich jetzt absolut nicht. Ich glaube aber auch, das ist wieder viel zu hoch gehängt worden, auch von den Medien, die wollen ja auch immer was haben. Und das wird sich immer mehr jetzt auch, glaube ich, positiv entwickeln und die Leute machen sich da auch lockerer. Ja, Menschen, die dich und deine Musik jetzt erst entdecken, soll es ja geben. Die sind erstaunt, weil ich habe auch mit Freunden gesprochen, die sind erstaunt, wie viele Mega-Hits du schon hattest. Also es ist Wahnsinn, was, das ist auch von Leonie, was und krass und so. Ich frage das deshalb, weil es war ja eine Zeit, wo deine Songs rauf und runter liefen und es waren alles Erfolge. Aber viele haben dich noch nicht so als Gesicht vor Augen gehabt. Hat dich das in der Phase ein bisschen genervt oder warst du einfach erst mal happy, dass du diesen Erfolg hattest, dass deine Songs mega laufen, abgehen wie sonst was? Oder war da so manchmal so, aber ich würde jetzt auch gerne mal so ein bisschen gesehen werden, weil es ist ja meine Stimme und mein Talent, was dahinter steckt. Ich glaube, alles hat seine Zeit und ich glaube auch jetzt, dass es perfekt war, so wie es gelaufen ist. Weil so der erste Song von mir alleine, der funktioniert hat, war Faded Love. Das war mitten in der Pandemie. Es gab keine Auftritte, keine, nicht wirklich Fernsehen, du konntest nicht zum Radio, gar nichts. Damals war ich noch kein Fan von George Pee, der hat da auch nicht so viel gemacht. Das ist aber auch spannend. Also du warst, aber es gibt ja Leute, die sind mit 14 schon irgendwie so krass dabei. Ich habe schon damals, als ich jünger war, auch mal YouTube-Videos hochgeladen. Aber dann irgendwann war ich so, ey, ich bin halt Musikerin und keine, nicht um das negativ zu belasten, aber keine Influencer, einen TikToker, einen Creator und was auch immer. Und habe dann aber einfach irgendwann gemerkt, dass das eine super dumme Denkweise ist, weil das einfach inzwischen dazugehört. Und das geht Hand in Hand und das hat mir letztes Jahr, wo ich mehr Social Media gemacht habe, so viel gebracht und so viel mehr Fans gebracht. Ich habe den Leuten nicht nur mein Gesicht, sondern auch meine Persönlichkeit gezeigt. Und mich hat das damals gar nicht so gestört, weil ich mich trotzdem natürlich über die Erfolge gefreut habe, über die Songs im Radio liefen, über meine erste goldene Platte zum Beispiel und so weiter. Wo es mich dann so ein bisschen genervt hat, war dann, wo announced wurde, dass ich bei DSDS bin. Und 90 Prozent der Kommentare waren, wer ist das? Darf da jetzt jede 0815-Alte in die Jury? Darf die Putzfrau von Dieter Bohlen in die Jury? Was auch immer. Krass, ja, die typischen Hate-Kommentare. We love it. Und da dachte ich mir dann so, also erstens, googel es doch einfach. Wenn du es so dringend wissen müsst, dass du Zeit hast, das zu kommentieren, dann hast du ja auch Zeit, das zu googeln. Und zweitens, da war es für mich ein bisschen so, man, die würden mich ja da nicht reinsetzen, wenn es nicht irgendwie, also entweder, wenn ich noch nichts geleistet hätte, mich nicht auskennen würde in der Musik, sonst was. Ich meine, die mussten ja was in mir sehen, um mich da reinzusetzen. Aber für mich ist das immer, also auf der einen Seite natürlich adressiere ich die Kommentare online, um für mich Reichweite aufzubauen. Das sind immer Videos, die sehr, sehr gut funktionieren. Also halt wandle ich in Reichweite um. Und auf der anderen Seite macht es mir auch immer sehr Spaß, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Also dann einfach nicht da zu sitzen und denken, oh mein Gott, die Leute mögen mich nicht und die kennen mich nicht, sondern zu sagen so, na okay, jetzt pass mal auf. Und dann kommt es umso knalliger. Und würdest du dann sagen, im Rückblick, das DSDS war dann aber so der Turning Point, wo du dann wirklich auch spot on Leonie und dann haben dich die Leute auch auf dem Radar gehabt und das Gesicht zur Stimme dann auch endlich gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch sagen natürlich, dass nicht jeder Mensch in Deutschland DSDS guckt. Das ist mir auch klar. Aber du, viele schauen sich das vielleicht nicht an, aber es ist ja ein Universum und das wird ja viel medial dann auch verbreitet. Und ich natürlich habe das ganz, ganz viel für Social Media genutzt. Also die ersten drei Monate von DSDS war mein Content auf Social Media gefüllt, nur über DSDS. Und natürlich auch viele, die es im Fernsehen nicht geguckt haben, haben es dadurch dann mitbekommen. Und ich habe das natürlich auch sehr für mich genutzt, klar natürlich. Und also letztes Jahr war sehr, sehr erfolgreich für mich, was das anbetrifft, was ja endlich diese Diskrepanz zwischen, okay, die Songs kennen sie, aber das Gesicht nicht ein bisschen löst. Und würdest du sagen, denn das Faded Love ein anderer wichtiger Meilenstein war, weil das war so der erste Grund, na, wobei es stimmt gar nicht. Du hattest ja vorher auch schon Hits, aber was würdest du sagen? Jeder hat ja immer so Momente, wo man merkt, oh, das ist jetzt schon ganz schön wichtig für meine Karriere. Das bringt mich schon ziemlich einen Step voran. Voll, auf jeden Fall. Also ich habe vorher ein paar Features gemacht, auch die sehr erfolgreich waren. Zum Beispiel Paradise mit Capital Bra und Vice, Far Away From Home mit Seven Feld und Vice. Aber das Ding ist, damals, das war zwar alles auf meinem Spotify-Profil, aber da war ich trotzdem in den Köpfen der Leute immer nur die Stimme von Paradise. Oder ja, da singt auch irgendjemand mit, aber so richtig mich auf dem Schirm hatte da eigentlich niemand. Ich glaube, sehr selten, dass sich Leute dann auch wirklich mit mir befasst haben. Und selbst bei Faded Love, ich meine, ich glaube, das hat sich auch einfach geändert in der Gesellschaft. Das ist nicht mehr so wie damals, als dass du einfach nur erfolgreich wirst, wenn du bei MTV rund um die Uhr kommst und man einfach dein Gesicht in den Musikvideos sieht oder du bist dort und dort und dort. Sondern es gibt so ein Überangebot. Ja, das hat sich einfach geändert, dass so viele Künstler und Künstlerinnen, dass es so viele gibt nach außen und aber auch viele, zum Beispiel wenn mein Lied im Radio kommt oder wenn ich ein Lied im Radio höre, google ich auch nicht sofort den Künstler oder die Künstlerin, die das machen. Und dadurch hat sich das einfach verändert, aber schon. Ich meine, der ist so oft im Radio gekommen und das war mein Sprungbett auch so. Ich war bei den ersten Veranstaltungen, ich war für die ersten Awards nominiert, ich habe meine ersten goldenen und platinplatten bekommen, ich habe meine ersten Konzerte gespielt, meine ersten Radio-Offers und so hat das alles angefangen. Also es war jetzt 2021 und seitdem hat sich sehr viel verändert. Wollte ich sagen. Kannst du dich denn noch erinnern, als du das erste Mal von, also mit deiner Stimme im Radio gehört hast? Aber ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Das war 2017. Das war 2017. Das war meine allererste Single, Surrender, damals hieß sie. Und die war natürlich absolut unerfolgreich und ist gefloppt, aber dadurch, dass ich aus Bayern bin, hat Bayern 3 schon immer sehr gut mit mir gemeint und hat meinen ersten Song damals gespielt. Die hatten immer so eine Rubrik irgendwie auch mit Künstlern aus Bayern eben. Und ich saß bei meinen Eltern zu Hause in Bayern in der Küche und da läuft immer Radio und dann kam mein Song Surrender und ich war so, oh my God, Mama! Wird erst mal irgendwie ausgelassen. Da kam mir vielleicht auch so ein kleines Tränchen. Hat mich schon sehr gefreut. Toll. Nochmal kurz zu DSDS. Du bist dadurch im Rampenlichtern wirklich mal so endgültig gewesen. Alle wussten, wer ist Leonie. Es war ja eine Staffel, die Sprengstoff beinhaltet hatte. Du hast dich da ja ganz gut raus. gezogen aus diesem Beef zwischen Katja und Svita. Wurdest du denn gefragt, nochmal dieses Jahr auch dabei zu sein oder war das von Anfang gar kein Thema? Viele machen es ja nur einmal und sagen, das ist irgendwie cool. Also es ist schön, mal dabei gewesen zu sein. Es ist eine Kultshow, aber mehr will ich eigentlich gar nicht. War das mal ein Thema, ob du nochmal eine zweite machst? Aber es war ja eigentlich gar kein Thema. Es sollte ja die finale Staffel sein. Eigentlich soll es die finale Staffel sein, dann ist es aber tatsächlich sehr gut gelaufen auf den Einschaltquoten. Woran kann das nur liegen? Man weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dir. Nee, aber für mich war das eine unheimlich tolle Erfahrung, auch trotzdem Beef dann letzten Endes. Und ich habe sehr viel daraus mitgenommen und hat sehr viel Spaß, auch bei den Dreharbeiten und mit allen. Und für mich war es in dem Moment auch klar, dass das nur einmal jetzt ist, einfach weil ich mich dann danach auch einfach auf andere Projekte wieder konzentrieren wollte. Es stand so viel an. Mein erstes Album kam dann nach den Dreharbeiten quasi und es waren so viele Sachen, dass ich gesagt habe, ey, wir machen es jetzt ein Jahr. Aber you never know, was passiert in der Zukunft. Aber es ist ja auch ein Commitment, das darf man nicht unterschätzen. Man dreht ja, glaube ich, mir zwei Monate durch. Genau, es sind natürlich viele Probentage schon für die Castings. Dann bist du eine Woche im Auslandsrecall, dann waren wir zwei Wochen in Thailand. Dann bist du natürlich für vier Wochen jedes Mal fürs Finale da. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel jetzt zum Beispiel dieses Jahr, glaube ich, haben die nur eine Finalshow und auch nicht zwei Auslandsrecalls. Ich bin mir nicht ganz sicher, keine Ahnung. Aber ja, also da ist es schon einige Zeit. Da muss man sich eben dann auch öffentlich entscheiden und nicht sagen, oh, ich mache mal alles und dann will ich noch auf Tour gehen und das geht halt nicht. Du warst früher mal bei Sony Australien unter Vertrag. Wie kam das eigentlich, dass du so ein International Contract hattst? Das ist ja auch jetzt nicht Standard, dass man dann gleich irgendwie von einem internationalen Label unter Vertrag genommen wird. Nee, also das kam, das klingt krasser, als es war letzten Endes. Also ich hatte durch mein damaliges Management Kontakte ganz viel nach Schweden und war ganz, ganz viel in Stockholm. Also habe eigentlich mehr oder weniger drei Jahre in Stockholm gewohnt. Ach krass, also du bist schon... Also ich hatte keine Wohnung da. Ich habe in so einem Kellerraum auch so alten Matratzen geschlafen, aber ich habe mehr Zeit dort verbracht, als hier in Deutschland auf jeden Fall. Und jemand, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der war Australier und der hatte irgendwelche Connections aus Sony Australien, hat da auch gearbeitet, irgendwie mit denen oder als Freelancer oder sowas. Und nach ein paar Monaten, wo wir mal ein paar Songs geschrieben haben, ein paar Demos fertig waren, haben wir einfach mal ein paar Demos an verschiedene Labels geschickt, unter anderem auch an Sony Australien. Und die waren sofort so, okay, we want to sign her. Super, aber das ist doch auch schon ein Megamoment, glaube ich, in deiner Karriere, dass man so ein Vertrauen bekommt. Und dann auch eben gleich international. Also ich war 19 zu der Zeit und damals hatte ich ja noch absolut gar keine Ahnung von der Musikindustrie und wie irgendwas läuft. Und natürlich dachte ich mir damals, okay, oh mein Gott, jetzt hat es geschafft. War natürlich nicht so und das ist natürlich nicht das Nonplusultra. Ja, das ist auch nicht so easy. Also der Durchbruch, manchmal schafft man es von 0 auf 100, aber das ist, glaube ich, auch meistens dann der Weg, der dann nicht so gut endet. Was ich glaube, set by step. Ich bin auch froh, dass es nicht funktioniert hat, ehrlich gesagt. Weil wenn ich jetzt rückblickend hingucke, ich meine, ich war 19 und ich war schon, würde ich sagen, relativ weit für mein Alter, auch vom Kopf her so. Aber trotzdem, du bist ja null vorbereitet. Du hast gar keine Ahnung. Du könntest dich von allen Leuten verarschen lassen mit dieses und sonst was, weil du überhaupt nicht weißt, was Sache ist so. Stimmt. Und es ist noch, es muss man sagen, es ist ja weiterhin auch ein toughes Business. Also man muss da schon sehr straight ahead sein. Ich sehe das jetzt. Ich meine, jetzt kann ich gut damit umgehen. Mit 19 weiß ich nicht, wenn man noch nicht so viele Wege gefunden hat, wie man es irgendwie macht. Glaube ich, hätte mich das damals auf jeden Fall härter getroffen als jetzt. Du wirst in ein paar Tagen 27, also du wirst eine blutjunge Frau. Aber wie blickst du jetzt heute mit fast 27 auf deine Kindheit zurück? Was hat dich ganz besonders geprägt oder was sind so die Key-Gefühle, die du hast, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst? Ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Gott sei Dank. Also da bin ich sehr dankbar und da weiß ich auch, dass ich sehr privilegiert bin. Und ich glaube, was auch sehr viel dazu beigetragen hat, war einfach mein Umfeld und das Aufwachsen in Bayern in einem sehr, sehr kleinen Dorf. Das ist natürlich alles sehr, sehr familiär, sehr klein. Ich habe zwei ältere Brüder. Das war natürlich auch schön. Wir waren immer eine Riesentruppe damals. Also allen deren Freunden. Bis ich sechs war, war ich eigentlich gefühlt ein Junge, weil die ersten Mädels, die ich kennengelernt habe, waren dann im Kindergarten oder in der ersten Klasse. Und das war wirklich ganz, ganz schön. Auch ein ganz, ganz liebevolles Verhältnis nach wie vor mit meiner ganzen Familie, mit meinen Eltern. Meine Eltern sind immer noch zusammen und verliebt, wie am ersten Tag gefühlt. Und ich habe wirklich eine traumhafte Kindheit und gucke immer sehr, sehr gerne zurück drauf. Du bist dörflich aufgewachsen. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, es ist eine wunderschöne Kindheit. Buller, wie haben wir alle Bock drauf? Aber jetzt habe ich auch mal Bock auf große Stadt, auf viel Action. Und das ist dann ja manchmal die Sehnsucht zum totalen Kontrastmodell. Also wann ging das bei dir los? Mit welchem Alter? Sodass du merkst, da ist was in dir. Du willst raus in die Welt. Also ich habe mit sieben, sechs, sieben schon zu meiner Mama gesagt, ich werde Popstar. Also das war immer schon Fokus. Das war immer irgendwie mir verankert. Ich weiß gar nicht, meine Familie ist jetzt nicht eine sonderlich Musiker. Also meine Eltern, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unmusikalisch sind. Und die lieben Musik. Und bei uns, wie gesagt, war immer Musik im Haus und immer ganz viel los. Aber jetzt nicht irgendwie, ich komme aus einer Musikerfamilie und mein Papa spült in einer Band und meine Mama lasst in Spücher. Du musstest schon mit drei Geige lernen. Nee, gar nicht. Sondern das war einfach so. Ich habe das zu meiner Mama schon gesagt. Ich habe dann ganz, ganz früh angefangen mit Klavierunterricht getan, Unterricht und so weiter. Und weil ich einfach immer schon irgendwie große Pläne, große Ziele hatte, war mir einfach relativ früh schon bewusst, dass ich irgendwann raus aus dem Dorf muss. Und natürlich ist das irgendwie schwierig, wenn man nicht wirklich eine Anlaufstelle hat, weil ich meine, wen hätte ich fragen können, Leute aus einer Volksfestband, nicht um die zu diskreditieren. Nee, nee, gar nicht. Aber es ist natürlich nicht das, was ich machen wollte. Oder meine Musiklehrer. Ja, schwierig. Und deswegen war mir klar, ich muss irgendwann raus. Und das war auch das Erste, was ich gemacht habe nach dem Abitur, sofort ins Ausland. Und das war dann wahrscheinlich für deine Eltern schon auch ein harter Schritt. Also ich glaube, der Abnabelungsprozess, das ist dann auch mit Tränen verboten gewesen. Das ist immer noch schwierig für meine Eltern. Also meine Eltern sind ganz oft auch bei Gigs von mir, bei Konzerten oder wenn ich zu Hause bin. Das ist jedes Mal ganz, ganz schwierig. Für mich natürlich auch, aber für meine Eltern auch, vor allem, weil ich die Jüngste bin, weil ich das einzige Mädchen bin. Und ich glaube, meine Eltern, also meine Brüder sind jetzt 29 und 31 und ich glaube, meine Eltern hätten gerne, dass wir alle noch zu Hause wohnen würden. Aber das ist so süß. Aber es gibt ja auch Eltern, die sagen, ach, jetzt war eine schöne Zeit, aber jetzt ist es auch gut. Ich bin froh, wenn sie mal ihren Kühlschuh haben. Aber meine Eltern lieben das einfach. Die gehen einfach, die wollten immer Kinder, die gehen voll auf mit Kindern einfach. Das war schon immer so. Und das war schon schwierig. Ich glaube, was geholfen hat, war, dass mein Bruder mit 15 auch schon nach München ist, dass da schon mal irgendwie ein bisschen durchmachen mussten. Die Vorarbeit geleistet. Ja, ja. Und die natürlich auch wussten, wenn wir es ihr jetzt verbieten, wird sie uns das irgendwann vorhalten. Und meine Eltern, also auch jetzt, wenn wir drüber reden, die haben das damals nie gesagt. Ich war dann auch zweimal fünf Wochen alleine in L.A., da war ich 19 zu der Zeit. Ich habe auch einfach random auf irgendwelchen Couchen von irgendwelchen Leuten geschlafen, die ich einen Tag vorher kennengelernt habe und habe allen Vertrauenssätze im Nachhinein gedacht, oh Gott, was da hätte passieren können. Wirklich. It's the jungle out there. Jetzt will ich das niemals wieder machen, vor allem so in Amerika. You never know. Aber das ist das, finde ich auch, das ist das Geile an dieser wirklich frühen Jugend, dass du so einfach daring bist. Du traust dich alles und sagst, was soll ich schon verlieren und irgendwie einfach rein ins Abenteuer. Mein Gott, Geld habe ich nicht, werde ich schon irgendwie durchkommen. So die ersten vier Tage irgendwie gebucht und dann lernt man schon irgendwelche Leute kennen, die einen irgendwie aufnehmen und so war es dann auch immer. Also irgendwelche Leute hat man immer kennengelernt. Ja, ich habe hier noch ein Zimmer frei oder so, weißt du, man lernt eh immer Leute kennen und so war das dann auch. Aber im Nachhinein haben meine Eltern schon auch gesagt, also auch da, wo ich in Schweden geschlafen habe, in Stockholm, in diesem, es war so eine ganz, ganz alte schwedische Villa, Villa, ne? Also ein altes schwedisches Haus, aber dreistöckig, weil da einige Firmen drin waren und im Keller war halt so ein Raum, so ein Abstellraum gefüllt. Das hört sich aber auch an. Leonie war auch mal Arschenputtel, musste im Keller am Abstellraum. Aber das war damals, war das für mich überhaupt kein Problem, weil das war für mich die einzige Möglichkeit, das zu tun, ohne dass ich für ein Hotel bezahlen musste, ohne dass ich, also ich konnte da umsonst schlafen und da hätte ich alles getan. Also das war wirklich so, mein Gott, okay, ist halt ein bisschen gruselig und man hört mal irgendwie komische Geräusche und ist da allein auf diesem Hügel in diesem Haus. Da hat man nicht so viele schlechte Horrorfälle vorher gesehen haben. Aber das war halt so. Jetzt im Nachhinein denke ich mir schon so, ob ich das jetzt nochmal machen würde, wahrscheinlich nicht. Aber ich höre raus, deine Eltern waren auch immer sehr wichtig, waren sehr supportive, aber Hand aufs Herz, Leonie, haben die nicht auch mal zwischendurch gesagt, ja, Kind, aber so Musik und das ist doch so schwierig, da wirklich Geld mit zu verdienen und überleg dir das nochmal, lern doch erstmal was Anständiges oder war das nie Thema? Haben die dich immer einfach fliegen lassen und machen lassen? Die haben mich immer fliegen lassen und das war, wie gesagt, auch bei meinen Brüdern so, dass sie gesagt haben, ich meine, ich habe ja jetzt nicht, das ist jetzt nicht, ich will jetzt gar nichts tun und irgendwie, ich werde jetzt, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf Arbeit und chill in Berlin irgendwo so, sondern ich hatte einen Plan und meine Eltern haben ja auch gesehen, dass ich dafür sehr, sehr viel tue und natürlich viel Zeit und Arbeit investiere und es gab so einen leichten Punkt dann mal nach so vier, fünf Jahren, bevor ich nach Berlin gekommen bin, wo mich Sony Australien gedroppt hat quasi, es hat halt nicht funktioniert, die Songs haben nicht funktioniert, dann ist es halt mal so, dass das Label sich gehen lässt quasi, wo es mit meinem vorhandenen Team nicht mehr so geklappt hat, wie es geklappen hätte sollen, es kamen keine Songs raus, es war nicht erfolgreich, man hat irgendwie sich so ein bisschen im Kreis gedreht und da war dann mal so die Zeit, wo schon von meinem Papa ab und an mal so Sachen, also das hat er null böse gemeint und auch nicht im Sinne von mich gedrängt zu, sondern er meinte nur, klar, natürlich, meine Eltern machen sich auch Sorgen über meine Zukunft, bevor du alles auf eine Karte setzt, vielleicht fängst du halt nebenbei ein Fernstudium an oder machst eine Ausbildung zu irgendwas, dass du irgendwas hast. Dass du so einen Backup-Plan, Plan B hast. Genau, aber ich bin dann Gott sei Dank in Berlin gekommen und habe mein jetziges Team kennengelernt und da hat sich relativ schnell rausgestellt, dass das viel, viel besser für mich ist und ja, das ist dann auch relativ schnell vorangegangen und die ersten Songs sind rausgekommen und dann seitdem nie wieder was. Es war wirklich so, einmal dieser eine Moment, wo so ein bisschen nach vier, fünf Jahren mal kurz Flaute war, aus Sorge, wie gesagt und seitdem gar nichts. Also meine Eltern, hätte ich auch niemals machen können und wäre ich auch niemals hier, hätte ich meine Eltern nicht gehabt. Nun hast du gesagt, du hast immer schon einen Plan, du wolltest Popstar werden, du warst da sehr ehrgeizig, sehr fokussiert, hast ja auch schon früh angefangen, deine Karriere zu bauen, würdest du sagen, das hat dich schon sehr früh auch disziplinierter werden lassen als andere junge Frauen in deinem Alter. Also ist das, formt einen ja schon. Also würdest du sagen, du bist schon sehr straight ahead und warst vielleicht auch schneller reif. Also was so den Mindset angeht, dass man eben auch Dinge, das Leben ist halt nicht immer nur nice. Manchmal ist es eben auch harte Arbeit, man muss sich auch mal abstrampeln. Ja, ich glaube, das Ding war, mein Glück, ehrlich gesagt, war, dass ich diese Leidenschaft und auch dieses Talent hatte, was ich meine, das ist ja auch schwierig, wenn du irgendwann, ich finde, ich hätte das gleiche Problem gehabt, hätte ich die Musik nicht gehabt, weil ich gar keine Ahnung gehabt hätte, was will ich machen. Ich meine, man ist so jung, du hast gar keine Lebenserfahrung und musst dann mit 18 entscheiden, also wenn du, wir sind alle aufs Gymnasium gegangen, du musst für dein ganzes Leben entscheiden, ich studiere das jetzt und das bin ich dann für die nächsten, keine Ahnung, bis ich 64 werde und in Rente gehen will. Das ist ja eine superschwierige Entscheidung. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, dass ich die Musik immer schon hatte und einfach wusste, das ist es. Das ist es für mich und ich setze da alles dran und ich werde alles dafür töten, damit es funktioniert. und ich würde gar nicht mal sagen, dass ich da mehr, wie sagt man, ambitionierter war als andere, sondern ich hatte einfach das Glück, wie gesagt, dass ich diese Leidenschaft hatte und deswegen einfach schon, das war vorprogrammiert, dass ich viel dafür tun muss. Ja und ich glaube, auch wenn du dieses innere Feuer hast und einfach was unbedingt machen willst, ist leider auch nicht immer eine Garantie, dass es dann auch am Ende klappt. Es gibt ja genug, auch andere sehr begabte Menschen, die da strugglen und machen und tun und die schaffen es dann leider doch trotzdem nicht. Aber du musst dieses Feuer haben, glaube ich. Also wenn du das nicht hast, dann hast du ein Problem. Erfolgreich zu sein bedeutet ja auch, dass man sich ein dickes Fell auflegen muss, dass man Druck aushalten muss. Würdest du sagen, dass du manchmal auch schon ganz schön strugglen musstest, weil du merkst, ja, das ist jetzt part of the game, aber da muss ich mich erst dran gewöhnen, weil das ist schon tough und ich will das jetzt nochmal, es ist das Geilste der Welt, Popstar zu sein. Ich will jetzt auch nicht, oh, die arme Leonie, das ist alles so hart, aber es gibt ja, es gibt ja aber Momente, wo man merkt, ey, das ist schon ganz schön tough und du musst auch funktionieren und Druck aushalten. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Schwierigste dran ist wirklich jetzt einfach, wie das mit Social Media kommt dazu. Ich meine, damals hattest du das auch, wenn dann wahrscheinlich viele Artikel oder Fernsehserien irgendeinen Müll über dich berichtet haben, was gar nicht stimmt. Jetzt hast du halt die direkte Meinung von allen Leuten irgendwie in deinen Kommentaren. In your face, wo du denkst, oh, hate that's gonna hate. Ja, voll. Also ich meine, das ist das Gute, glaube ich auch wieder, dass ich in so einer tollen Familie aufgewachsen bin, dass ich einfach einen sehr, sehr, einen sehr großen Selbstwert und ein sehr gutes Selbstbewusstsein auch habe, dass, wenn jetzt jemand mein Aussehen oder mein Talent oder was auch immer oder in deren Augen nicht von das Talent kommentieren, dass ich ja genau weiß, was ich kann, was ich bin, was ich aber auch nicht kann und nicht bin. So, das triggert mich gar nicht. Aber natürlich, wenn du die ganze Zeit 24-7 dem Hate ausgesetzt bist und jetzt natürlich schon, wenn dann Leute wieder sagen, ja Mensch, aber da musst du doch damit rechnen. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt im Auto fahre, muss ich auch irgendwie damit rechnen, dass vielleicht mal ein Unfall passiert, aber ich finde es trotzdem scheiße, wenn ich dann im Auto eingequetscht bin. Also, weißt du, das ist ja so. Ich finde das so faszinierend, dass der Spruch Hey, das Gone Hate passt einfach so, weil ich meine, ich erlebe dich jetzt gerade so und du bist doch so eine tolle Frau, da ist doch eigentlich nichts, wo man sich jetzt irgendwie dran hochziehen kann. Also jetzt, no offense, aber so eine Katja Krasavice, die ist ja eine Frau, die viel mehr polarisiert. Das ist ja auch Katja Spiel. Eben, ich meine, das ist natürlich dadurch, das ist ja auch das, was sie befeuert, aber es wundert mich, dass du denn also demnach auch Hate abbekommst, wo ich mich frage, aber warum? Ich meine, du hast Talent und du bist doch total, also wirklich so eine tolle Frau, aber vielleicht bin ich da auch zu alt und zu naiv zu, aber wie erklärst du dir das? Das ist einfach, die Leute haben Bock auf Krawallen. Ich glaube ja. Also ich sehe das ja auch, es ist ja egal, wer das ist. Ich sehe das ja in Kommentaren von ganz vielen Leuten. Ich sehe das zu ganz vielen Songs, zu vielen Live-Aufschritten, zu irgendwelchen Posts von irgendwelchen Zeitungen online, von das waren die Outfits der Frauen in Cannes oder unsere deutschen Superstars, wo dann die Leute zu Hause sitzen und sagen, oh nein, das Kleid ist aber, wo ich mir denke, mein Gott, wie kann man sich das? Aber für das Einzige, wie ich es mir erklären kann, also ich finde den Spruch gut, wer nichts über sich selber zu erzählen hat, der redet über andere und genau so ist das. Also wenn dein eigenes Leben so langweilig ist, dass du dein ganzes Leben auf Social Media verbringst und andere Leute niedermachst, also das ist ja, da kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr aufregen, das ist ja einfach nur noch traurig. Also wenn das dein Leben ist, wie du deine Freizeit verbringst, das tut mir leid für die Leute. Die Leute langweilen sich, hast du völlig erkannt. Aber viele lieben es eben auch. Weißt du, die merken dann, oh, sie werden ja vielleicht auch wahrgenommen und selbst wenn es irgendwie dann nur 100 Gegenkommentare sind, aber sie fühlen sich, oh, es kriegt jemand mit, wenn ich was schreibe. Ich habe doch vielleicht ein bisschen Bedeutung. was ja eigentlich ganz schön armselig ist, aber bist du da auf dem richtigen Track, dass du sagst, das perlt an mir ab oder hast du auch ein Social Media Team, die das so ein bisschen filtern, weil es gibt ja manchmal auch so krasse, so heftige Kommentare. Ich habe nicht so viel Fernsehen. Aber es ist natürlich auch, also ganz schön nervig, oder? Ja, aber mein Weg damit umzugehen, ist dann einfach, also so, ich schicke dann ganz viel an meine besten Freundinnen zum Beispiel und wir machen uns super lustig. Oder ich mache ja auch ganz viel Videos dazu, wo ich die Kommentare dann selber auf die Schippe nehme. Und für mich ist das, ganz ehrlich, also einfacher kann ich keine Reichweite und kein Geld verdienen, ehrlich gesagt. Also was die Hater, glaube ich, nicht verstehen, ist mit jedem TikTok über die Minute, dass wir da gehen, verdiene ich noch Geld dazu. Also ich, sorry Leute, das klingt immer dann so. Go on. Ja, ich denke mir auch immer so, Leute, je mehr hate, desto mehr Geld verdienst. Und dann denke ich mir auch immer, es ist ja eigentlich eine ganz, wie jetzt bei dem EM-Song zum Beispiel, da kam ja auch ganz, ganz viel Hate. Das ist ja eigentlich eine dankbare Diskussion, sage ich mal, weil das jetzt, das ist ein Song so, okay, das ist banal, das ist jetzt nicht irgendwie eine Aussage, ich meine, das würde ich sowieso nie tun. eine super kritische Aussage. Wenn du jetzt irgendwie, oh, Leonie hat sich irgendwie politisch aus dem Fenster gelegt und da kannst du ja nur verlieren, weil dann gibt es immer auf die Mütze, ne? Ja, voll, also ich meine, da halte ich mich ja sowieso fern von, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie heimlich gefilmt worden bin, wie ich super unhöflich zu den Fans war oder wie ich irgendwie mit einem, keine Ahnung, oder eine Kellnerin gedisst hast, ne, oder sonst was. Voll, das wird ja niemals passieren bei mir und dann denke ich mir, dann soll es der Song sein, dann soll es, keine Ahnung, ich weiß es nicht, die Leute suchen sich ja immer was. Du kannst ja per Taylor Swift zum Beispiel, das ist so eine süße Maus, erfolgreiche Frau, Milliarden von Fans auf dieser Welt, so krank ausverkaufte Tour, so eine Show, ist ja auch seit 20 Jahren Hasseltdivie wie eine Verrückte dafür, dass sie jetzt an ihrem Höhepunkt ist. Die Leute finden immer was. Es ist völligst egal. Insofern, also es ist genau die richtige Einstellung, der richtige Mindset. Du bist im nächsten Jahr, ab März, mit einer eigenen Tour, also in ganz Deutschland unterwegs. Du bist natürlich auch jetzt, hast du ja gesagt, also bis Oktober bist du eigentlich mehr oder weniger durchgebucht. Aber mal für mich als nicht so Tour-affin, also natürlich gehe ich viel auf Konzerte, aber ich weiß nicht so, wie es im Hintergrund so sich alles anbahnt. Und fangt ihr jetzt schon langsam an, da so ein bisschen vorzuplanen? Oder wann kommst du die heiße Phase? Weil es ist ja noch ein bisschen hin, ein bisschen mehr als nächstes Jahr. Aber auch nicht mehr so viel. Das geht ja schneller, als man denkt. Bist du schon jetzt voll dabei, so ein bisschen parallel mal was anzuleiern? Was möchte ich eigentlich? Wie ist meine Vision vom Set, von allen möglichen Geschichten? Wie wollen wir das aufziehen? Ja, also grundsätzlich fängt die Planung ja schon an, bevor die letzte Tour vorbei ist, weil so war es jetzt die letzten beide Male. Nach der Tour ist vor der Tour. Ja, quasi. Du musst ja quasi, also ich will eigentlich jedes Mal nach der Tour relativ zeitnah schon die nächste Tour announcen. Und dann musst du ja vorher schon das Rooting haben. Wo gehst du überall hin? Wann ist welche Venue frei? Welche Städte machen Sinn? Welche Venues machen Sinn? Welche Größe spielen wir nächstes Jahr? Das ist ja alles, das kannst du ja auch nicht 100 Prozent kalkulieren. Da musst du ja auch ein bisschen spekulieren natürlich. Und natürlich entwickelt sich das auch immer so im Laufe des Jahres. Oder was passiert jetzt? Wie viel Budget bin ich bereit dafür auszugeben? Also ganz ehrlich, die letzten zwei Touren habe ich gar nichts mit verdient, sondern ich habe sehr, sehr viel drauf gezahlt, weil für mich das eine Sache ist, wo ich sage, ich will das richtig machen. Ich will das geil machen. Ich könnte jetzt natürlich auch alleine mit der Gitarre auf die Bühne gehen, aber ob dann nochmal jemand kommen würde, ein paar vereinzelte, die Superfans vielleicht. Aber ich will ja eine richtig gute Show machen und deswegen will ich da erstmal alles investieren. Und ja, da fangen wir natürlich jetzt langsam an, wenn man andere Künstler sieht, andere Bühnen, andere Shows, andere Sonstwas. Man lässt sich ja auch das ganze Jahr berieseln und inspirieren natürlich. Und auch selber irgendwie sprudelt man über mich Ideen. Und das ist ja, glaube ich, auch das Geilste. Also ich meine, ich habe das ja vorhin schon gesagt, so live, da blühst du ganz besonders auf und da du leuchtest, du scheinst. Das ist, glaube ich, da freust du dich auch richtig drauf. Freut, ich liebe das. Also ich muss auch sagen, die Tour jetzt, die ich im März gespielt habe, die hat mich körperlich richtig fertig gemacht. Also ich bin seitdem, bis jetzt drei Monate her, richtiges Wrack. Also es ist schon, das darf man nicht unterschätzen, das ist kräftizierend. Und es war auch, ich bin, also eigentlich bin ich nie krank und vor allem nicht, wenn ich Dinge zu tun habe und ich bin dann aber mitten in der Tour völlig krank geworden. Ich kann es dann aber einfach in meinem Sturkopf nicht, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich ein bisschen Schnupfen, das war jetzt nicht genug, aber ich kann dann mit der Tour schon ab. Hau alles rein an Aufputschen, so mit Vitamin-Cocktail. Ich muss dann während der Tour noch zwei Tage nach Miami fliegen, das war natürlich auch genau zu der Zeit, wo es am allerschlimmsten war mit meiner Grippe. Es war ein richtiger Fiebertraum, das waren natürlich auch nur 36 Stunden irgendwie, dann triffst du da auf Ryan Tedder und OneRepublic und machst den Song, äh, und Medusa, machst den IM-Song und denkst dir, was ist eigentlich gerade los? ich verstehe gar nicht mehr und dann habe ich noch eine Infusion bekommen und sonst was und es war irgendwie alles in den Flieger gestiegen, von Miami nach Paris geflogen, Paris-Frankfurt, Frankfurt nach Stuttgart geschattelt und quasi noch eine halbe Stunde gehabt von Auto zur Bühne und dann durchgezogen und nach dieser Tour, ich wusste gar nicht mehr, Wer bin ich und wenn ja wie viele, ne? Also es war so, so schön, ich liebe das über alles, aber es war auch, also es hat mich richtig fertig gemacht. Nochmal, du hast den geilsten Job der Welt, aber was ist, wenn du mal in dich horchst, vielleicht die einzige Schattenseite oder gibt es vielleicht für dich gar keine Schattenseite, wobei, kann ich Ihnen nicht vorstellen, und es muss ja irgendwas geben, wo du sagst, ja, das ist auch part of the game, aber das nehme ich gerne in Kauf, weil der Rest ist so geil, dass ich das, also das komme ich mit klar. Ich nehme alles gerne in Kauf, wirklich, also es ist, wie du schon sagst, also ich fühle mich so privilegiert und dankbar, dass ich das tun darf und das einfach mein Leben nennen darf. Ich meine, klar, wie vorher schon gesagt, das eine ist das in der Öffentlichkeit, dass du einfach, egal was du tust, immer alle Augen auf dich gerichtet hast, ist so. Klar, natürlich, ja, ja. Ja, voll. Wieso das so ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach so. Und dann natürlich ist das Ding, das liebe ich auch irgendwie dran, aber es ist natürlich auch schwierig, dass du einfach nie, nicht arbeitest. Also du hast, man ist ja auch selbstständig dann quasi und das ist ja, weil es natürlich jetzt inzwischen, mein Team, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute jetzt inzwischen involviert sind, also es sind einfach super viele, aber man ist natürlich, es ist meine Karriere am Ende, wenn ich nichts dafür tue, dann kommt die Nächste oder der Nächste, der meinen Platz mehr oder weniger einnimmt und das will ich natürlich absolut nicht. Und ich meine, da können alle Selbstständigen oder Musiker, kreativen Leute, sie, keine Ahnung, also alle Leute, die irgendwas selbstständig machen, ein Lied von singen, du gehst einfach nicht nach Hause und es ist durch. Nicht, dass ich jetzt sage, alle anderen, die in Anführungszeichen einen normalen Job haben, das machen, aber bis da sind ja so viele Parts inzwischen, also es ist ja, man hat ja eigentlich nie frei, weil wenn ich von der Bühne komme, dann hast du nochmal Meet & Greet, dann hast du nochmal Interviews, dann musst du noch mit deiner Band kurz mal beklären, wie so eine Spielanalyse, danach mache ich noch Social Media bis irgendwie zwei, drei morgens und am nächsten Tag genau das Gleiche, dann kommst du nach Berlin und hier ist dann aber halt der andere Part, wo mein Studio, natürlich muss ich auch neue Songs schreiben und hier im Studio sein und also es ist halt 24-7, du kommst ja nicht nach Hause und legst dich hin und sagst, so das war's jetzt, sondern dann bist du ja wieder auf Social Media und dann machst du dies wieder und dann machst du das wieder und dann sagst du, ach hier muss ich noch und das muss ich noch und dann muss ich noch Styling und dann muss ich hier noch quatschen. Also es hört ja nie auf und wie gesagt, ich will überhaupt nicht jammern in dem Sinne von, oh mein Gott, mein Job, das ist halt so, das gehört dazu, aber manchmal fände ich es schon schön, meinen Kopf einfach mal ausschalten zu können und zu sagen, jetzt ist einfach mal eine Woche lang nichts. Ich weiß, was du meinst, also weil das ist auch, wie gesagt, überhaupt keine Offense jetzt gegen Leute, die so einen Bürojob haben, die haben natürlich auch manchmal vielleicht noch was im Kopf, aber die können dann auch mal sagen, so Computer aus, ne, und jetzt ist das abgearbeitet und jetzt habe ich, ne. Aber dann arbeiten die halt jetzt da, und dann ist das halt so, das ist ja auch, ich meine, das ist ja unten, wie gesagt, nicht, dass die nicht trotzdem ihren Job im Kopf haben. Nein, es wird damit gar nicht diskreditierend gemeint, sondern einfach so, dass es eben, aber schon bei dir, ich glaube, das ist bei den meisten oder allen kreativen Berufen so, ne. Das Privatleben und das berufliche Leben, die verschwimmen halt. Also es gibt eigentlich nicht mehr so wirklich eine Grenze davon und vor allem in dieser Situation, wo ich jetzt bin und wo ich einfach gerade irgendwie seit letztem Jahr diese Awareness mir gegenüber geschaffen habe, wo ich sage, okay, die Leute kennen mich jetzt endlich mal, bin ich ja, ich bin ja gerade, selbst wenn ich jetzt eigentlich zehn Jahre komplett nur an der Musik arbeite, ist es jetzt so, dass ich sage, seit zwei Jahren trägt es jetzt auch Früchte und das soll natürlich auch noch ganz weit gehen und noch viel größer werden und alles und da ist das halt einfach so, also im Grunde würde ich jetzt mal sagen, habe ich eigentlich kein Privatleben. Das ist so. Ja, das ist du. Aber da musst du, glaube ich, jetzt durch. Wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm, weil ich liebe meinen Job so sehr, dass ich mir denke, ich habe gar keine Zeit jetzt für irgendjemanden, der mich nervt oder irgendwas, wo ich sage, nee, nee, Leute. Also Verehrer, vergesst es momentan. Get out of my way. Nun hast du ja einen Lauf. Es ist wirklich, seit drei, vier Jahren läuft es bei dir mega. Aber wie gehst du mit Enttäuschung um? Ich sage jetzt nur Stichwort Sony Australia. Du warst mega empowert und das war einfach eine super Chance und dann war ja diese Enttäuschung generell jetzt aber so privat und auch beruflich. Wie gehst du mit Enttäuschung um? Bist du jemand, der das mit sich selbst ausmacht? Ja, grundsätzlich mit allem. Ich kann schwierig Emotionen ausdrücken, würde ich sagen. Also bei mir ist das, ich bin immer auf einem positiven Level. Also ich habe sehr, sehr wenige Lows in meinem Leben. Auch mental so bin ich eigentlich immer so, dass ich mich wenig stressen lasse von Sachen. Und auch da bei Sony Australia zum Beispiel, damals war es so klar, so in dem Prozess, war es schon manchmal so frustrierend, wie in so einem Traum, wo man ganz schnell laufen will und man läuft aber eigentlich auf der Stelle. So war das eigentlich. Und da muss ich sagen, nach den ganzen Monaten, wo es einfach nicht geklappt hat, war ich fast froh über die Auflösung, weil ich mir dachte, okay, jetzt bin ich wieder frei, mehr oder weniger, kann mich neu sortieren. Natürlich war es auch ein Rückschlag, auf jeden Fall. Aber für mich ist es immer so, jede negative Sache in meinem Leben hat mich letzten Endes zu was Besserem gebracht. Und jede Sache, ich meine, es ist ja gefühlt, hast du das jeden Tag, dass du dich auf was freust und dann funktioniert es doch nicht. Okay, der Song ist on hold bei dem und dem Künstler. Okay, jetzt geht es irgendwie doch nicht. Okay, du spielst hier. Okay, nee, ist jetzt irgendwie doch nicht. Okay, du machst den Song. Okay, nee, jetzt ist es irgendwie doch nicht. Du bist bei dem Label. Okay, jetzt ist es irgendwie doch nicht. Also es gibt ja die ganze Zeit Rückschläge. Und für mich ist das niemals ein Grund zu sagen, jetzt bin ich aber zwei Wochen betrübt und habe das immer wieder im Kopf. Für mich ist das so eine kurze Sache, wo ich drüber nachdenke und denke, okay, ist jetzt Kacke gelaufen. Was machen wir als nächstes? Was ist jetzt der Plan, damit wir das ausgleichen? Was ist das Nächste? Dann, also es gibt immer dann, wenn der Plan A nicht geklappt hat, gibt es einen Plan B. Und wenn es den nicht klappt, dann funktioniert irgendwas anders. Du hast ja jetzt schon so viele Hits gehabt, aber es ist, glaube ich, auch faszinierend, so von der Energie oder von denen. Manchmal die Audience, die Fans, finden manchmal Songs wahrscheinlich noch toller, als du das gedacht hättest. Und umgekehrt wahrscheinlich. Hast du manchmal auch so absolute Favorite Songs, wo du dachst, ja, und der muss doch jetzt so abgehen. Und dann ist das auch ein Hit, aber nicht ansatzweise so, wie du gedacht hast. Da kommt das vor. Also du kannst es insofern auch gar nicht, kann man nicht planen. Man kann natürlich gucken, was ist so Sound, was ist gerade angesagt. Aber das ist ja auch immer wieder auch so ein bisschen Lottogewinn. Ich kann das nie planen, wie oft das schon war, dass wir gesagt haben, Remedy, bestes Beispiel. Da war ich, war mir vorher gar nicht, also ich liebe den Song und habe den auch damals gelegt. Ich war so, oh, und jetzt nach Faded Love, eher so in 80s, ist 80s nicht schon vorbei und will das überhaupt jemand hören und ist das gut genug und sind wir sicher und ich liebe den anderen Song und sonst was. Also wir haben sehr, sehr viel gehadert vor Remedy und letzten Endes war das mein größter Hit und deswegen ist es so, auch eine Friendship mit Pascal Etublor zum Beispiel, wir haben das, es kam vor Faded Love noch raus, das war ein Jahr lang, hat das kein Schwein interessiert, niemanden. Wirklich, das hatte, keine Ahnung, drei Millionen Streams, wenn überhaupt. Das ist jetzt meine meistgestreamteste Nummer auf meinem Spotify-Profil. Das ist, nach eineinhalb Jahren ging das nach oben auf einmal. Das streamt immer noch jetzt nach drei Jahren, über drei Jahren, das streamt immer noch ganz, ganz viel und deswegen ist das auch so, du kannst das nie vorher sagen und auch jetzt mit TikTok und so manchmal, es gibt so viele Songs, die jetzt teilweise durch irgendwelche Filme oder durch irgendjemand, der ein Video macht, das viral geht, teilweise sind die Songs 20 Jahre alt oder Natascha Beddingfield hat jetzt wieder voll das Revival, die war jetzt eigentlich 10, 20 Jahre gefühlt so, klar, natürlich die Songs waren die ganze Zeit Hits, aber sie als Person die letzten 10 Jahre war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, Natascha Beddingfield noch der riesigste Star, die hat jetzt gestern oder vorgestern erst wieder Summertime Ball in UK gespielt wurde, denkst du, ey, geil, also es ist niemals zu spät und es kann sich immer wieder was entwickeln und vorher, man kann es wirklich, man kann in diesem Business kann man nichts klaren. Null, aber das ist natürlich auch irgendwie der Thrill, es kann auch frustrierend sein, aber es ist auch spannend und schön. Umso geiler ist das dann, wenn was funktioniert, weil du dir einfach aus dem Nichts denkst, geil, guck mal, auf einmal gehen die Streams hoch oder auf einmal ist der Song doch irgendwie gut im Radio oder auf einmal geht der Song viral auf TikTok oder was auch immer, also es ist immer, das ist irgendwie geil. Gutes Stichwort, geil. In welchen Momenten sagst du, das ist geil und es ist super toll im Jahr 2024 eine junge, attraktive, erfolgreiche Frau zu sein und in welchen Momenten sagst du dir, puh, das ist schon auch ganz schön viel heutzutage, also nicht nur für junge Frauen, auch für junge Männer, wir leben ja in einer ziemlich krassen Zeit und ich dachte, ich rede gar nicht jetzt von Krisen weltweit, sondern eben auch so diese Social Media Waren überall, das ist schon echt eine Herausforderung. Kannst du mal so die Gegensätze, so wann sagst du, oh, das ist eigentlich das Beste ever und manchmal denkst du auch, so in den 80er, 90er wäre auch nice gewesen, deine junge Frau zu sein. Also was ich gut gefunden hätte, auf jeden Fall damals aufzuwachsen, wo meine Eltern zum Beispiel aufgewachsen sind, ist auf jeden Fall so das Datingleben, das finde ich so beschissen. Ich meine, ich date auch nicht, aber auch einfach auch so gut. Nee, aber weil ich mir auch denke, hat man Bock auf Tinder, hat man Bock auf, weißt du, will man, dass irgendein Typ 20 andere Frauen an der Seite hat und die Frauen aber genauso. Also nicht um das, ich will das gar nicht bewerten, sondern ich sage nur, für mich, ich finde das so schön, diese, also auch die Kennenlern-Story von meinen Eltern, die sagen so, das gibt es einfach nicht mehr. So und die, du hast dich in irgendeinem Club kennengelernt und dann war das aber auch so. Geht man doch ins Café mal. Die Frau hat den Mann auf Händen getragen, der Mann die Frau, das waren nur die, das waren die Einzigen. Aber du bist tanzen gegangen und sonst was und jetzt ist das irgendwie alles so, also ich fühle es nicht, wie es jetzt ist. Ich finde es damals, wenn man schon so Storys von damals hört, fand ich es viel, viel schöner. Positiv, auf jeden Fall natürlich trotzdem, dass, ich meine, it's a long way, aber ich finde schon, natürlich, dass sich das auch ein bisschen schon geändert hat für Frauen natürlich auf jeden Fall. Wie gesagt, also es ist ein sehr, sehr langer Weg. Ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr habt noch auch nicht was zu erkämpfen. Und für mich, also ich liebe es, eine Frau zu sein grundsätzlich und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, da weiß ich auch, dass ich wahrscheinlich eine von den wenigen bin, aber ich hatte auch immer sehr, sehr viel Glück mit den Männern, mit denen ich arbeiten darf. Ich war nie irgendwie untergestellt oder musste mich extrem durchbeißen, sondern, also klar, ja, aber nicht wegen meinem Geschlecht, sondern einfach wahrscheinlich auch wegen der Branche oder so, aber ich hatte immer ganz, ganz tolle Männer auch um mich rum und kann davon nix sagen, aber natürlich, es gibt so viele Momente noch, wo man sich denkt, oh Leute, oder auch zum Beispiel, man macht eine Autogrammstunde nach einem Konzert, man steht da, es sind ganz, ganz viele Fans da und es mischt sich irgendein Mann rein, der dir unter den Rock greift zum Beispiel. Passiert tatsächlich? Ja, das passiert relativ häufig, ehrlich gesagt. Echt? Und ich meine, das ist dir damals... Das wundert mich, aber in der Ära von MeToo ist das schon ganz schön bewagt, muss man sagen, also dass sich das immer noch die Kerls trauen, ist krass. Ja, aber das Gute ist, dass inzwischen sich die Girls auch mehr trauen und das auch einmal sagen und ich meine, natürlich, da stehen dann 200 Leute rundum und dann sagt man natürlich auch laut so, jetzt aber ganz, ganz schnell und im besten Fall ist es eben dann eine Lehre. Ich meine, früher hat man sich das nicht sagen können und auch nach wie vor natürlich gibt es so viele Momente, wo natürlich eher dem Täter als dem Opfer geglaubt wird, aber jede Bewegung dauert eine Weile, jede Bewegung dauert und ja, ich glaube, man muss einfach von beiden Geschlechtern da an beiden Geschlechtern noch einiges, nicht, ich meine nicht arbeiten, sondern es ist Verständnis, glaube ich, was ganz, ganz viel... Es ist Wachstum, es ist Veränderung, es ist einfach, das geht halt nicht innerhalb von zwei, drei Jahren, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Generation braucht es. Auf jeden Fall. Nun hast du schon auch viel über Social Media erzählt, dass du das auch berufsmäßig auch gerne machst, aber es ist part of the game. Ich habe dann aber auch, das ist für dich wie Fernsehen, auch mal Hate-Kommentare zu lesen. Hast du denn Tipps, wie man es schafft, nicht komplett in dieser Social Media Welt zu versinken? Weil ich habe mich auch dabei, also ich meine, TikTok ist ja so krass süchtig machen, dass du dann manchmal merkst, krass, jetzt hänge ich hier schon eine Dreiviertelstunde, das ist so ein Zeitkiller, abends am besten noch vom Schlafen gehen. Mach es bis Viertel und wenn es 16 ist, muss ich es bis halb machen und wenn es 31 ist, mach es bis 45. Hast du da so, oder sagst du, sorry, ich muss mich outen, ich versink da auch manchmal und es ist so. Ich versink da voll drin, also bei mir ist das immer phasenweise, dass ich mal jetzt die letzten zwei Wochen war ich gar nicht auf Social Media, also nicht privat, jetzt die letzten zwei Wochen gar nicht, weil ich gar nicht die Zeit hatte, jetzt wirklich irgendwie zwei Stunden drauf zu versinken, weil der komplette Tag bis nachts irgendwie durchgeplant ist, aber klar, natürlich in ruhigeren Phasen, teilweise sitze ich da zwei, drei Stunden vor TikTok. Ich muss auch sagen, ich liebe es auch, weil ich manchmal da einfach alleine auf der Couch sitze und mir den Arsch ablache bei irgendwelchen Videos, dann auf der anderen Seite. Das ist manchmal auch so rühren, ich muss manchmal auch heulen. Ich muss auch heulen, auf jeden Fall ganz, ganz oft. Und dann denke ich mir aber, nach zwei Stunden, wie dumm kann man sein? Also auf der einen Seite denke ich mir, ey, solange es irgendwie positive Gefühle bei mir hochbringt und ich lache und weine, was auch immer, muss ja auch alles cool, aber auf der anderen Seite denke ich, du hättest jetzt auch einfach, entweder du hättest jetzt schlafen gehen können, hättest jetzt zwei Stunden länger schlafen können. Buch lesen, eine Serie schauen, ich finde das schon krass, wie wenig Kontrolle man dann teilweise drüber hat, einfach mal zu sagen, ich lege es jetzt weg und das ist auch, man merkt das schon auch, was wir für eine kurze Aufmerksamkeitsspannung haben, weil die Videos sind teilweise je kürzer und je mehr in kurzer Zeit passiert, desto besser und also es schadet uns ohne Frage, auf jeden Fall. Aber es ist süßes Gift, es ist Guilty Pleasure, irgendwie, aber es ist so ambivalent. Ich finde es auch dann, du wirst süchtig, du findest es auch toll, aber du willst auch mehr und mehr und mehr und das ist eben glaube ich das und das ist ja das Fiese an diesem Algorithmus, der weiß genau, worauf steht Leonie, da gib ihr mehr, gib ihr mehr, immer mehr. Hast du klare Life Goals oder bist du eine Frau, die das auch schön findet, wenn es fließt und wenn Dinge auf dich zukommen oder bist du da schon, weil du bist ehrgeizig, hast du ja schon gesagt, du hast klar daran gearbeitet, Popstar zu werden, aber hast du auch sonst schon so eine Vision, wie du dir dein Leben vorstellst? Auf jeden Fall, also ich bin jetzt nicht so, dass ich die nächsten fünf Jahre jedes Jahr durchgeplant habe und bis bald auch so so nichts passiert. Also auf jeden Fall bin ich karrieretechnisch noch lange nicht da, wo ich hin will. Also gefühlt für mich habe ich jetzt zehn, zwanzig Prozent erreicht vielleicht. Hört, hört ihr lieben Leute, da kommt noch ganz viel. You never know, das kann mal sein, dass ich für immer dann hier bleibe, dann ist es auch fein, weil man ist natürlich trotzdem stolz und man hat ja auch schon viel erreicht, aber ich würde auf jeden Fall noch sehr gerne viel mehr international erreichen, größere Venues spielen. Mein Traum wäre es, irgendwann eine Stadiontour zu spielen und wenn es in Anführungszeichen nur, klingt jetzt dumm, aber nur in Anführungszeichen Deutschland ist und nicht international, völlig fein, Hauptsache das passiert. Und irgendwann sehe ich mich einfach in einem Haus am Meer mit einer Familie, mit ganz vielen Hunden, mit meiner Familie auch da, also ich würde auch gerne meine ganze Family jetzt und meine Freunde da irgendwie mitnehmen und mein Leben genießen und dann wirklich nur noch arbeiten, wenn ich Bock drauf habe und nicht mehr, wenn ich muss. Nice, schön. Aber ist es für dich denn manchmal auch so ein unbewusster Druck, dass du versuchst auch, das ist auch natürlich so ein Klischeesatz, aber so die bestmögliche Version deiner selbst zu werden, weil das ist ja auch, also das machst du nicht, also nicht meinen, weil es gibt ja auch Leute, die meinen das im positiven Sinne, ich meine zum Beispiel eine Sylvie Meister, auch ja, ich arbeite jeden Tag daran, die beste Version meiner selbst zu werden, also das liegt ja immer. Ich bin zu selbstverliebt, ich finde mich so, wie ich bin, schon ganz gut. Sehr gut. Nee, aber es ist auch so, also ich mache keinen Sport, das müsste ich auf jeden Fall viel mehr machen, ich übe meine Vocals nicht, das müsste ich viel mehr machen. Dank deinen Eltern für deine Megagene, Leonie, weil du sitzt hier vor mir, du hast auf jedem Catwalk-Schein, also das ist Wahnsinn, was du finde ich gut hast. Ja, da bin ich auch dankbar für, danke dir. Nee, aber ich meine, allein gesundheitstechnisch so, und auch für den Kopf wäre das ja super, ich bin einfach super faul, dann natürlich auch Vocal-Übungen, Gesangsübungen, das ausbauen, noch mehr Social Media machen vielleicht, noch mehr gesünder essen, ausgeglichener sein, sonst was. Ich lebe ja eigentlich, wenn man so ist, ich versuche irgendwie immer die Balance zu halten, aber im Grunde, wenn es man so sieht, lebe ich ein super ungesundes Leben und habe einfach unheimlich Glück, dass ich wahrscheinlich wirklich einmal gute Gene habe, ich hoffe, das kommt nicht irgendwann auf mich zurück, aber jetzt gerade so, also für mich ist immer das Ding, solange ich meinen Charakter nicht verliere und ich liebe das einfach, mit meinen Fans zu interagieren, ich liebe das, nett zu sein zu Leuten, ich liebe das, respektvoll zu sein. Solche Dinge, das ist für mich die beste Version von mir selber und nicht irgendwie, ich muss jetzt so und so viel Körperfettanteil haben, damit ich der Beste bin oder ich muss jetzt so viele Likes auf Instagram haben, damit ich die Beste bin. Oder ich möchte dann bis 2026 mindestens nochmal drei Mega-Hits hatten, die jetzt irgendwie so viele Millionen, klar, das ist natürlich, natürlich will ich das, ich meine, natürlich will ich das, aber passiert das, weiß ich nicht. Und das ist, wenn es passiert, das ist voll geil und ich tue natürlich alles dafür und wenn es nicht klappt, vielleicht ist es im vierten Jahr, dass es passiert oder vielleicht habe ich auch das Natascha-Bettingfield-Revival in zehn Jahren und dann komme ich dann wieder. Aber du sagst, du magst dich so, wie du bist und das finde ich was ganz Wunderbares. Da kann ich nur sagen, das ist der Jackpot, weil viele struggeln ja und haben echt eine Reise vor sich, bis sie das sagen können. Warst du schon als Mädchen, als Teenager schon, du hast da in dir geruht und hast gesagt, das ist gut, ich mag das. Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist auch immer schwierig, weil natürlich, wenn man solche Dinge sagt, das kann man schnell in den falschen Hals. Kann auch wieder hate, Oh, die ist ja voll arrogant, die Leonie. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist mit meine größte Stärke und da muss ich auch wieder meine Eltern mit ins Spiel bringen, weil einfach die sind immer sicher gegangen, dass wir Kinder uns genug fühlen, dass wir uns geliebt fühlen, dass wir aber auch, also das ist ja jetzt nicht, dass ich mich hinstelle und sage, Leute, guck mich an, ich bin die Allerschönste, das meine ich nicht damit, sondern einfach mit all den Fehlern, die man als Mensch natürlich auch einfach hat und jeder hat natürlich auch Dinge an einem, die er nicht mag, die einem nicht gefallen, was auch immer die sonst was, aber im Großen und Ganzen mag ich mich einfach sehr gerne und ich finde, das ist ganz wichtig, auch vor allem, weil ich einfach auch, ich brauche ganz viel Zeit für mich selber und das können ganz viele Leute auch nicht und ich denke mir immer so, ich liebe das, nur mit mir zu sein. Ja, vor allem, wenn du so ein Leben hast, wie du fährst, also ich meine, du bist ja ständig mit Menschen zusammen, du hast ein wildes Leben. Irgendwann, wenn ich so ganz viele Sachen auf einmal habe und einfach 24, 27 ganz viele Tage nur mit Leuten zusammen, selbst auf meiner Tour, ich liebe alle Leute, meine ganze Crew, das sind solche Herzensmenschen, das ist wie meine Familie so ein bisschen, ab einem gewissen Punkt kann ich nicht mehr, das ist so, bitte lass mich jetzt in du eine Stunde oder ich raste auf. Akku aufladen, einfach Me-Time, kein Sehen, kein Hören, ich kann das so gut nachvollziehen. Musst du dich manchmal konditionieren, dass du das ganze Tolle, das ganze Geile, das Überwältigende, was dir wiederfährt, auch mal bewusst zu spüren und aufzunehmen, weil manchmal ist es ja wie so ein Rausch, also du sagst ja wie so ein Fiebertraum manchmal, dass man gar nicht das alles verarbeiten kann oder ist das bei dir einfach selbstverständlich, weil ich finde Dankbarkeit ist ja eine Sache, die wir uns alle immer mal auf die Fahnen schreiben müssen, wenn man Glück hat im Leben. Wie ist das bei dir? Also ich bin grundsätzlich immer, wie du schon sagst, dankbar dafür, also jeder Moment, wo ich auf der Bühne stehen darf, allein so, ich meine, wir sitzen jetzt hier und quatschen einfach so eine Stunde, so und das ist unser Job. Eine Stunde, fünf und zehn Minuten musst du noch durchhalten, liebe Leonie, dann hast du es auch geschafft. Aber weißt du, das gehört sich, das ist Part von unserem Job, wie schön ist das und dass ich sagen kann, das ist das, womit ich mein Geld verdiene auch, das ist so ein Privileg, aber natürlich, wenn du so viel, jeden Tag verschiedene Dinge hast, es ist einfach irgendwann so viel, dass du gar nicht mehr, also ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich letzte Woche war, so richtig, ne, und, also ich weiß noch, ich war in meiner Heimatstadt, stimmt, ich war in Stuttgart und Berlin, aber wo ich dann vor zwei Wochen war, da müsste ich jetzt lange überlegen und das ist natürlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite natürlich auch schön, weil so viele Dinge passieren, für mich ist das immer der Moment dann so zum Neujahrswechsel, wo ich dann nochmal alle Bilder, alle Videos aus dem Jahr angucke und dann so einen kleinen Recap mache und da sehe ich dann nochmal, meine Fanpages machen das übrigens auch, danke an euch, ihr hört da bestimmt auch zu, ihr macht das auch immer ganz, ganz schön für mich dann zum Jahreswechsel, wo man dann wirklich nochmal sieht, krass, was dieses Jahr alles passiert ist, für mich ist das eher immer so, nach einem Jahr ziehe ich so die Bilanz, wie das Jahr war und da kann ich dann wirklich sagen, wow, was für ein geiles Jahr und bisher muss ich wirklich sagen, so die letzten vier Jahre, da hat sich jedes Jahr immer wieder gesteigert und dann ist das auch okay, wenn man zwischendurch einfach nicht jeden Moment so krass genießen kann, sondern einfach am Ende sich die Zeit nimmt von mir. Ich habe recherchiert, dass du auch gerne zurückgibst, also Stichwort Dankbarkeit, wenn man dankbar ist, dann merkt man, es gibt auch viele Menschen auf der Welt, denen es nicht so gut geht, du engagierst dich bei Kinderprojekten, du spielst Charity Gigs, auch durch deine Funktion als Lego Brand Ambassador, wann ging das los, dieses Gefühl, dass du auch zurückgeben möchtest, dass du einfach das Bewusstsein hast, hey, ich habe den Jackpot, ich habe ein tolles Leben und ich möchte, dass es anderen auch besser geht, wann ging das los? Das ging, also eigentlich war das schon immer so, dass ich liebe Kinder über alles und hat schon immer, ich meine klar, wo ich ein Kind selber war, wahrscheinlich jetzt nicht so, aber ab dem Punkt, wo ich nur Erwachsenenalter war, hat mich das schon immer fertig gemacht, zu sehen, wie viele Kinder das es gibt, die leiden, egal ob es jetzt ist, dass Kinder keine Eltern mehr haben, Kinder irgendwo aufwachsen auf der Welt, wo ganz, ganz schlechte Verhältnisse herrschen oder vielleicht auch Kinder, die aus einer tollen Familie kommen, aber trotzdem eine Krankheit haben oder Mobbing ausgesetzt sind, was auch immer, es gibt so viele Kinder und ich finde, das ist einfach so, die sind so unschuldig und so, die können gar nicht mit umgehen, verstehen es manchmal teilweise gar nicht und ab dem Zeitpunkt, wo ich natürlich auch eine Reichweite kreiert habe und natürlich auch, ja, von meiner Seite aus Geld da ist, das man einfach geben kann, ist das, finde ich, immer das Mindeste und wenn ich solche Gigs spiele, das gibt mir so viel zurück, weil das so süße, herzliche, kleine Menschlein sind und das ist so, durchflutet einen mit Liebe dann, das ist wirklich, ich könnte da, zum Beispiel jetzt vor, wann war das, das war letztes Jahr, haben wir im Kinderklinikum ein Buch gespielt und das hat mir gleichzeitig das Herz gebrochen und so krass gefüllt, weil das wirklich so Wahnsinn zu sehen war, was diese Familie und auch diese Kinder führen, jetzt kriege ich jetzt schon wieder Gänsehörer, was sie für ein Schicksal haben und niemand von den Kindern hätte da sein sollen und das war irgendwie so, das ist für mich ein Nachmittag, den man mit den Kindern verbringt und für die ist das aber aus der schweren Zeit vielleicht kurz mal eine Flucht aus der Realität und das ist so das Mindeste, finde ich, irgendwie, was man zurückgeben kann und das sind oft so kleine Gesten, kleine Taten und ja, das ist natürlich für mich auch ganz, ganz schön, dass man eben die Reichweite hat, um ein bisschen was zu bewegen. Ich glaube, du gibst wirklich da auch sehr, sehr vielen, gerade an jungen Fans, sehr, sehr viel zurück und toll, go on. Ich gebe mein Bestes, aber die geben mir ja so viel. Ich wollte sagen, ja. Dieses Leben kann ich wirklich nur leben, weil es Leute gibt, die meine Musik hören, die mich supporten, die zu meiner Tour kommen, die mir auf Social Media folgen, deswegen, das finde ich immer so, wenn man da nichts zurückgibt, dann hat man es vielleicht auch nicht verdient, da zu sein, wo man ist. Kannst du uns eine Marotte verraten? Jeder hat ja so schrullige Angewohnheiten, das lustige Marotte ist ein Wort, das viele sehr junge Leute gar nicht mehr kennen, also so eine liebenswerte, schrullige Angewohnheit. Oder bist du? Also zum einen, ich spiele immer auch jetzt seit unserem Interview die ganze Zeit an meinen Ring, an meinen Fingernägeln, also nicht so Fingernägel beißen oder dass ich die abreiße oder so, die sind alle noch dran, aber ich bin die ganze Zeit hibbelig und am... Das ist mir gar nicht so aufgefallen, ja, weil ich die ganze Zeit unter den Tisch mache, aber hier, also das sieht man auch auf Interviews und Videos, die ich nicht selber filme, sondern dass ich immer auch das hier ganz oft mache, ist ganz komisch. Ich kann nicht schlafen mit Tür offen oder wenn in meinem Schlafzimmer zum Beispiel eine Kommode offen ist oder die Schranktür, das geht auch nicht. Aber einfach, weil sich das unwohl... Das ist für mich so unabgeschlossen. Ich hatte früher mal Angst mit Rücken zur Tür als Kind, weil man ja denkt, da kommt dann der schwarze Mann. Das ist für mich so, das muss alles zu sein. Ich kann dir gar nicht sagen, das ist einfach so, das muss zu sein, sonst fühlt sich das so unabgeschlossen, nicht im Sinne von die Tür ist abgeschlossen, sondern so unfertig an. Es ist noch nicht fertig irgendwie. Ich bin super unordentlich, kann ich auch sagen, also richtig schlimm. Das sind ja schon drei. Reicht, muss, ne? In welchen Momenten bist du rundum zufrieden? Also ich meine, Zufriedenheit ist ja mehr so ein Zustand. Ich frage anders, wann durchflutet dich Glück? Also gibt es da so Beispiele, wo du sagst, boah, es ist das Tollste, auf der Welt zu sein und das ist so ein Moment, da kriege ich Gänsehaut. Aber hast du so spontan, was kommt dir als erstes in den Kopf? Auf der Bühne sein, Nummer eins, wahrscheinlich ganz oft. Das klingt so dumm, aber wenn ich meinen Hund anschaue, wie er schläft, kriege ich Schmetterlinge im Bauch. Hunde sind sowieso das Tollste. Dann, wenn ich mit meinen besten Freunden zusammen bin, das sind immer noch meine besten Freunde aus, teilweise aus meinem Kinder, aus Kindergartenzeiten, also und alle anderen kenne ich mindestens 17 bis 20 Jahre, glaube ich. Wir waren jetzt erst vor zwei Wochen wieder zwei Tage auf Wellness zusammen und weil ich die so selten sehe, das ist für mich das allergrößte Glück, weil ich dann, da ist man wirklich so, man kann so krass man selber sein und ich meine, ich versuche das natürlich auch in der Öffentlichkeit man selber, aber das meine ich da trotzdem immer an, irgendwie so. Und mit meiner Familie, das sind so die vier Hauptdinge, wo ich sage, okay, und es muss warm sein und am Strand, so jetzt ist es aber und dann bin ich glücklich. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen Meditation, Esoterik gut findest, aber würdest du, also wie viel ist in deinen Augen in unserem Leben Vorherbestimmung? Also ist einfach vom Universum so ein bisschen vorgeben und wie viel haben wir wirklich in unserer eigenen Hand? Wir alle können ja auch, also du wirst nicht jetzt, wo du bist, wenn du nicht dir den Arsch abgearbeitet hättest und richtig Gasse geben hättest. Das ist ja deine eigene Initiative. Also man kann nicht sagen, das Schicksal wolltest, dass ich Popstar werde, aber es gibt ja manchmal auch so ein bisschen Vorherbestimmung. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Also ich bin nicht so ein Mensch, also ich habe noch nie meditiert in meinem Leben und bin jetzt so auch nicht so spirituell angehaucht, würde ich sagen, aber schon, ich glaube, das ist eher so eine innerliche Sache bei mir, dass es schon so ist, wie du sagst, man muss sehr, sehr viel dafür tun, aber ich glaube schon, gewisse Dinge sind, entweder es musste sein oder es musste nicht sein und wie auch zum Beispiel damals bei Sony Australien gedroppt, das musste so sein, damit es jetzt so sein kann, wie es jetzt ist und wer es damals anders gewesen wäre, weiß, ob ich jetzt heute hier sitzen würde, weißt du, oder was passiert wäre und ich glaube, jedes schlechte Ding in deinem Leben führt dich zu was Guten und deswegen sollte man sich auch nicht so viel mit den schlechten Dingen aufhalten und ich glaube schon, gewisse Dinge sind einfach, wie der Weg ist, glaube ich, ist nicht ganz klar und auch dieses Manifestieren, ich glaube nicht, klar, wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt gerne Lamborghini vor der Tür, stehen wir da nicht morgen da, stehen klar, Behaupten ja einige Wünsche ans Universum, wenn du es dir wünschst. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass das so unterbewusst, wenn ich jetzt sage, ich möchte in fünf Jahren Lamborghini vor der Haustür haben, dann mache ich unterbewusst, treffe ich meine Entscheidungen einfach anders und für mich war das einfach damals mit sechs, sieben, habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich werde Port-Presar, mit sechs angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, Gitarrenunterricht, Schulchor, Schulband, Schultheater, was auch immer, nicht mit auf Abifahrt gefahren, weil ich bei der Castingshow war, ganz viele Dinge jetzt auch natürlich, man opfert natürlich auch sehr viel, weil man aber in seinem Kopf hat, ich werde da stehen und selbst wenn ich dann in dem Moment gar nicht so bewusst die Entscheidung treffe in Richtung dem vermeintlich Richtigen, das macht man unterbewusst, weil man einfach im Kopf irgendwie dieses große Ganze stehen hat und wenn ich jetzt sage, in zehn Jahren habe ich ein Lamborghini, dann werde ich mir wahrscheinlich noch mehr den Arsch erbeiten und vielleicht ganz viel investieren in den Dingen da und irgendwann ist es so ein Mensch. Ja, guck mal an, hat es funktioniert. Es gibt so viele Lebenskredos, Mottos, kluge Kalendersprüche, wenn du mal jetzt in dich reinhäuchst, hast du irgendeinen schönen Satz, den du jetzt so sportspontan sagen kannst, das ist ein Satz, den ich irgendwie unterschreiben kann, weil klar, Credos können ein Leben nicht abdecken, aber es gibt ja einfach sehr schöne Sprüche, wo du sagst, ach, das ist irgendwie, das wärmt mein Herz oder bist du da nicht so ein Fan von? Nee, was heißt Fan von? Also ich glaube, ich lese sowas gerne, ich kann es mir selten merken und es ist eher sowas, wo ich jetzt nicht danach lebe, sondern es ist eher so, dann erfinde ich einfach einen. Also so für mich ist das einfach grundsätzlich dieses Ding, das Leben nicht zu ernst zu nehmen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es einfach, man hält sich so oft an Dingen auf, die so banal eigentlich sind und wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückschaue auf die Probleme, die ich vor fünf Jahren hatte, also an 90 Prozent kann ich mich gar nicht mehr erinnern und so geht es bestimmt ganz, ganz vielen Leuten und in dem Moment ist das ein Weltuntergang und oh mein Gott und ich versuche einfach immer das Positive im Leben zu sehen und immer schauen, dass es weitergeht, weil es geht immer weiter und das wäre so mein Schott. Ich finde auch Leichtigkeit, Leichtigkeit, zehn Ausrufezeichen. Einfacher gesagt als gepackt. Ich wollte sagen, also wenn jetzt einige, die strugglen, die Depressionen haben, da ist das nicht so, aber darüber reden wir nicht, aber viele machen sich das Leben immer auch schwerer als das, das bin ich ganz bei dir. Wenn du der 18-jährigen Leonie einen guten Rat ins Ohr flüstern könntest, was würdest du ihr sagen? Es ist genau richtig, wie du bist und lass dich nicht verunsichern von anderen Leuten, die dir das Gegenteil sagen. Leonie, zum Abschluss, was ist dein Tipp? Wo landet Deutschland bei der EM 2024? Das ist immer gemein, ich weiß, aber nach dem 5 zu 1, was ist so dein Bauchgefühl? Also ich hatte vorher schon ein gutes Gefühl, nach dem 5 zu 1 natürlich jetzt noch ein besseres, das ist natürlich der perfekte Start, natürlich für die ganze Stimmung im Land, aber auch für die Psyche der Mannschaft auf jeden Fall. Ich drücke der deutschen Mannschaft beide Daumen und ich hoffe natürlich, dass wir ins Finale kommen und bei der Heim-EM die EM auch nach Hause holen. Das wäre natürlich absolut Wahnsinn. Leonie, dann weiterhin viel Erfolg für deinen Official EM-Song, Fire, und vor allem auch viel Spaß bei den Live-Kicks diesen Sommer und deine Tour nächstes Jahr ab März geht's los. Jetzt Tickets kaufen! Es war ein Fest, das du heute hier warst. Vielen lieben Dank. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebe.com Bis nächste Woche.